Oh, ach ja, also wir sind auf der Suche nach einem... Pfotenabdruck! Pfotenabdruck, genau, denn das ist dann der erste... Hinweis! Hinweis, ja, und den malen wir dann in unser Notizbuch. Wir spielen blau und schlau, blau und schlau. Blus' Hinweise! Wir suchen uns noch einen Pfotenabdruck, Hinweis Nummer 2. Der kommt dann ins Notizbuch. Wer wird daraus schlau? Blu, die ist schlau! Blus' Hinweise! Wir suchen uns den letzten Pfotenabdruck, Hinweis Nummer 3. Der kommt auch ins Notizbuch. Blu ist ein Wauwau, blau und schlau. Ihr wisst, was dann kommt. Wir sitzen in den Nachdenksessel und denken, denken, denken. Schrecken wir uns etwas an, gehen wir Schritt für Schritt voran. Ruhig Blut, nur etwas Mut. Dann wird alles gut.